So, herzlich willkommen zur Dota 2 Asian Championship 2015, dieses mal im Lower Bracket Final oder Semifinal, je nachdem wie man es nennt, auf jeden Fall, hier das entscheidet sich, ob Team Secret oder Big God. In dieses Grand Finals advanced. Wir hatten eben das Halbfinale, beziehungsweise das Finale des Upper Brackets gesehen, dieses mal kommt eben das Finale des Lower Brackets. Team Secret gegen Big God, das wird spannend, hoffentlich mal. Für mich ist es prinzipiell egal, es ist mein erstes Secret Cast, von daher, weiß ich nicht. Wenn sie hier ausscheiden, kommen sie ins Consolidation Final, also in den Spiel in Platz 3. Das findet auch heute statt, hier nach, soweit ich weiß. Dementsprechend, das verlierende Team werden wir auf jeden Fall nochmal sehen, gegen EG. Um, keine Ahnung, ist jetzt 8 Uhr, plus 3 Stunden, um 11 Uhr, also weiter. Bis dahin hätte ich hoffentlich meinen Kaffee, von daher wird das soweit weitergehen. Die ersten Buns gegen Team Secret sind auch schon schön. Chen, wie schon einige prophezeit haben, wird hier zu 100% gebannt. Und da sehen wir auch schon den ersten Chen-Bun. Lycan außerdem raus, Team Secret nerft die Medusa raus. Burning auf der Medusa ist da immer ein großer Impact. Und auch Ventus Build kommt raus, einfach um diesen Support zu haben, dass den Burning pickt immer einen relativ harten Carry. Und Ventus Build, die halt den Hard Carry vor Gangs safen könnte, außerdem klar, mit einem Batrider First Pick, will wir die Ventus Build schon raus haben. Vielleicht kommt der Arbaton noch, aber erstmal das Wichtigste, die Ventus Build als Konter gegen den Batrider ist schon mal raus. Wir haben dementsprechend den Batrider und den Earthshaker für Team Secret. Shadow Fiend für Big God. Tja, damit die Mitte schon mal sicher ist, denn Shadow Fiend, recht schwierig zu dealen mit. Ein sehr, naja, einfacher Held, wie wir von, von, ähm, von zu Mail eben im Interview gehört haben. Irgendwie jeder kann Shadow Fiend spielen, laut ihm. Beziehungsweise nicht jeder kann Shadow Fiend spielen, aber jeder denkt, es ist einfach, baust du Mech, drückst du R, hast du Feind gewonnen. Hm, aber, äh, okay. Shadow Fiend auf jeden Fall ein starker Laner. Gewinnt seine Lane meistens halt so ab Level 3 oder 5. Spätestens dann, wenn halt genug Solves rauskommen, dass einfach der Red Click Damage genug ist. Tight Hunter, nächster Pick, auch wieder einfach zu exekuten. Blinkst du rein, drückst du R, gewinnst du Teile, Feinds. So oder so ähnlich. Weiß auch nicht ganz, warum ich jetzt in der Sprache umspringe. Aber anyway, Ravage einfach zu treffen. Ein schöner Laner mit dem Anchor Smash und Krankenschell. Sorgt dafür, dass man meistens nicht so oft stirbt. Beziehungsweise tatsächlich ein Batrider Lasso eventuell sogar wegbrocken kann. Das kommt ganz darauf an, wie viel Damage dann noch, dass da reinkommt. Auf jeden Fall, Batrider musst du auf dem Python auf jeden Fall aufpassen. Außerdem den Titan da vielleicht in die Mitte der eigenen Mannschaft zu ziehen, ist vielleicht nicht so die beste Idee mit der Ravage. Aber gut, die nächsten Buns von Midgod, auch wieder Puppy Buns mit dem Enigma. Und wir haben einen Sniper Bun. Besonders halt mit Batrider ganz gute Sache. Wenn er jemanden out of position holen kann, brauchen sie einen Carry, der sehr viel Damage rausholt. Und mit Earthshaker Batrider sind das halt sehr gute Cores bisher, die Leute harassen können. Und Leute raushalten können. Das wollte ich eigentlich sagen. Sehr viel Zoning, wo sich ein Sniper anbieten würde. Team Secret beginnt erstmal mit den Buns, tatsächlich Ancient Apparition und Lion. Also Burst und Heal-Verhinderung. Von daher werden wir vielleicht einen Witch-Doktor hier sehen. Vielleicht ein Sachen Heal, vielleicht irgendwas anderes, was es healt. Nicht ganz sicher. Vielleicht ein Necrophos. Aber das hatten wir meistens Kuro, Necrophos als Carry gesehen. Nicht ganz sicher. Könnten wir vielleicht halt Necrophos sehen. Einfach der Ancient Apparition-Bahn ist meistens charakteristisch für irgendeine Art von Heal-Thread. Bei Big God haben jetzt den schönen Setup. Können ziemlich viel mitmachen. Können sowohl ein Snowball-Line-Up spielen mit Shadow Fiend und den Heal-Thread als Re-Engage. Oder vielleicht in das irgendwie Richtung Tanky umschwingen. Dass sie vielleicht den Avalon noch irgendwie ins Line-Up passen, um die Batrider in die Schärchen abzubrechen. Mal schauen. Sei Batrider wird auf jeden Fall stark. Viele halten ihn für die beste Mitte. Für die beste Offlane gerade so da draußen. Und sei es halt definitiv ein Spieler, der ja Secret teilweise alleine das Spiel gewinnen kann. Und Batrider ist genau der Held dafür. Wenn da die guten Lassos rauskommen auf die richtigen Helden, dann ist das teilweise Game-Winning-Moves. Im letzten Game hatten wir einen Batrider gesehen von Ice Ice Ice, der tatsächlich mal abgewichen ist von dem traditionellen Blink-Force-Death-Build. Und mehr in die Richtung ist, einfach nur reingehen, Leute halten und das restliche Team kommt hinterher. Weiß nicht, Earthshaker Dazzle könnte auch so weit gehen. Einfach da sie einen Dazzle haben und hier vielleicht Richtung Tanky Heroes, die halt einfach nur in die Leute reingehen werden. Müssen wir mal schauen, ob der Batrider trotzdem noch Leute rauszieht. Oder ob es vielleicht eher wieder so ein Batrider wird, der einfach nur mit dem Lassos ein Disable hat und in die Mitte der Leute blinkt. Und halt den härtesten oder den schwierigsten Helden einfach raushält. Rubik ist die Walfenbegott. Dazzle ist sehr angenehm, das beste Stil. Außerdem Fissure-Stils sind teilweise entscheidend. Batrider ist halt so eine Sache. Firefly auf dem Rubik ist ziemlich cool. Lasso, hey, mehr Disables ist okay. Und eine Draw Ranger von Team Secret. Also doch, den quasi, ich würde wahrscheinlich mal sagen, dass es vielleicht sogar der Sniper gewesen wäre, wenn er nicht gebannt worden wäre. Draw Ranger, bisher sehr erfolgreich. Bis auf den Earthshaker haben sie viel geranged. Und es sieht aber auch danach aus, dass jetzt hier der Batrider mit dem 4-Step gebaut wird. Helden zurückziehen. Die Range-Carries bratzen drauf, holen ihn schnell down. Und dann geht es 4 gegen 5. Und selbst wenn dann die Ravage kommt, ist vielleicht, besonders wenn der Shadowfiend das Target, das rausgezogen wird, vielleicht immer viel übrig. Andererseits Shadowfiend muss man auch darauf achten, dass vielleicht nicht das Requiem dann in allen landet. Und was ja beim Death-Uti durchaus passieren kann. Aber Batrider kann die Position des Ganzen entscheiden. Das sollte trotzdem funktionieren. Trotzdem, Big God brauchen jetzt den traditionellen Burning Carry. Oder noch einen Support. Und mal schauen, was es sein wird. Der Witch-Doktor ist noch drin. Ist ein guter Held. Der Abaddon wäre halt auch noch gegen Batrider drin. Ja, eventuell bin mir nicht ganz sicher. Mit der Ravage zusammen könnten sie eigentlich mit dem Witch-Doktor gehen. Team Secret hat jetzt prinzipiell erstmal nur 2 Stunts. Und der Earth-Jaker-Fissure wird früh rauskommen. Klar, eventuell Flame Break ist halt noch da, um den Death-Word abzubrechen. Müssen wir sehen. Aber es könnte ein ziemlich gutes Death-Word-Game werden. Juggernaut ist außerdem immer noch drin, natürlich. Klar, klar, klar. Ich weiß nicht, ob wir dieses Game tatsächlich ohne Juggernaut-Value haben. Und das ist ein Morphling. Das ist immer noch die Möglichkeit für ein Support-Morphling. Allererseits das Burning Morphling als Hard-Carry halte ich dabei wahrscheinlich ja eben besonders, weil Drawranger und Batrider wahrscheinlich ein BKB bauen werden und dann vielleicht nicht so erfolgreich sind. Und ein Carry Morphling, besonders gegen diese Helden, halt sehr schnell mit einer Shotgun vielleicht Helden bursten kann. Eine Witch-Doktor-Bahn kommt auch außerdem von Team Secret raus. Papi denkt da ähnlich und sagt, das ist ein gutes Witch-Doktor-Game. Müssen wir sehen. Eventuell, wenn Dazzle dann schnell genug ist, kriegt er das Grave noch raus auf denjenigen, der Shotgunnet wird. Aber ist auf jeden Fall ein starker Pick, der Morphling. Besonders halt auch auf Burning. Alle Snowball-Helden, Space-Createn bis für Morphling. Shadowfiend kann dann erstmal durchs Mid-Game carryen. Und dann geht's weiter. Temple Assassin wäre auch ziemlich geile Mitte. Im Zusammenhang mit der Drawranger und gegen Shadowfiend auch ein recht guter Laner. Ist jetzt draußen und wir schauen mal, was für Team Secret in der Mitte gepickt wird. Weiß nicht ganz, Drawr könnte man in der Mitte spielen. Gegen Shadowfiend wäre das okay. Ist allerdings sehr anfällig gegen Gangs natürlich in der Mitte dann. Ansonsten sowas wie Nekro könnte noch kommen. Aber vielleicht fehlt da ein bisschen der Damage. Klar, Drawranger macht Damage, aber vielleicht will man da noch ein bisschen mehr. Andererseits bräuchten sie einen gewissen Tank. Von daher wäre Nekro noch eine Möglichkeit. Es ist halt aber auch kein Snowball. Wo Drawranger, wo Shadowfiend, die in die Richtung gerade gehen. Könnte man natürlich was machen. Pickaufs mit Batrider und einem Nekro. Könnte ganz gut sein. Schauen wir mal. Können wir noch zurück auf den Juggernaut natürlich gehen. Ist halt auch noch drin. Ist stark. Profitiert jetzt nicht von der Drawr-Aura. Aber ist halt noch drin. Ist ein starker Held. Und eventuell halt auch dieser Core, der ein bisschen tankiger ist. Der halt irgendwie Sustain hat. Healing Ward hilft auch. Können wir schon. Vielleicht aber auch einfach noch ein Bristleback. Batrider in der Mitte. Ja, das ist wahrscheinlich unwahrscheinlich ein Bristleback. Ich gehe mal Richtung Nekro. Könnte eine gute Sache sein. Für Big God, nachdem der Witch Doctor raus ist, bin ich mir da gar nicht mehr so sicher, was hier sein könnte. Könnte es um einen Morphling sein. Irgendwas wahrscheinlich, um den Morphling zu buffen. Oder Magi sein, um den Morphling zu buffen. Vielleicht. Ein Stunz sollte es ja eigentlich soweit genug sein. Außerdem brauchen sie keine Stunz. Bisher. Weil, naja. Die müssen halt nach dem Drill nicht rankommen. Und dafür ist der Morphling da. Und natürlich der Teil, der da drauf blinkt. Brauchen halt noch einen Support. Bin mir nicht ganz sicher. Mal schauen, was da so kommen wird als Support für Big God. Für Team Secret kommt das durch der Razor. Fernkampf, Tanki. Ist hier okay. Kann auch ein bisschen mehr Richtung Burst damage mit dem Plasma fällt. Ich bin mir nicht ganz sicher, wie das in Richtung Necrophos geht. Klar, Team Secret ist recht squishy. Von daher ist es vielleicht mit Necrophos eine Sache, wenn der Heal halt einfach auch zu spät kommt, weil gebürstet wird. Andererseits halte ich Necrophos für einen sehr starken Helden. Bei Razor auch. Besonders auch in der Lane. Gegen Shadow Fiend wahrscheinlich einer der besseren Helden. Bin mir nicht ganz sicher. Mal schauen, wie es funktionieren wird. Big God, wie gesagt, Support. Kann jetzt überraschend kommen. Oder, weiß ich nicht, Skyrath Mage ist auch noch drin, soweit ich weiß. Also ja, Skyrath Mage wäre bestmöglich auch noch eine Wahl. Sehr stabil mit Rubik Lift. Und Lich kommt tatsächlich. Na gut. Lich Morphling Lane vielleicht in der Mitte. Oder auf das, naja. Können sogar Aggressive gehen. Morphling, Rubik, Lich. Wahrscheinlich nicht. Solo-Lane, Batrider gegen Tidehunter ist keine gute Sache eigentlich, von daher. Schauen wir mal. Bisher könnte das Laning von beiden Teams rechts Standard werden. Also Team Secret, auch schon von den Picks her, sieht das sehr stark nach einer normalen Tri-Lane aus. Draw-Ranger ist jetzt nicht der klassische Aggressive Tri-Laner aus dem Batrider. Kommt auf der Offline schon so klar. Gegen Rubik und Lich wird es halt schwierig. Besonders, weil Lich sehr gut die Lanes zurückhält, sehr viel Harris rausholt. Und da Batrider eine schwierige Zeit haben wird, irgendwas zu bekommen. Aber hey, es ist sei, wenn es jemanden gibt, der damit dienen kann, dann ist es sei. Nun gut, Big God, die alten asiatischen Veteranen im ARTK, früher Team DK, auf dem Tidehunter Offlane. Ähm, Ice Ice, auf dem Lich, passend. Burning, der traditionelle Hard-Carry B-God, dementsprechend auch der Teamname. Auf Morphling, Zhao-8, als Team-Captain auf dem Shadowfiend und zu guter Letzt Lanham als Rubik. Auch einer der Top-Rubiks, die gerade so generell in Top-Rubik-Plays gehandhabt werden. Auch sehr aggressiv hier von SQL direkt rein, um halt versuchen, den Ward-Placement irgendwie zu spotten. Aber nein, frühes, frühen Go hier in den Jungle. Batrider-Stacks werden passieren. Von daher versucht wahrscheinlich auch Big God schnell hier die Wards zu stellen, um halt erste Pulls und Stacks zu verhindern. Ein gut platziert Abserver-Ward kann immerhin schon mal erste Stacks verhindern. Wie beißt ihr seht, das Pull-Through-Camp, der traditionelle EGM-Ward, wenn ich das richtig sehe. Aber gut, Team Secret sind da. Deffen, den Dschungel soweit. Wir haben Papi auf dem Dazzle, die die richtigen machen wird. Oh, aber Fischer-Block von Jawa-Aters, äh, gegen Jawa-Aters, könnte krass werden. Kuro hat hier wunderschön gemacht und Arteezy holt sich Easy-Kill. Nein, Secret S4 holt sich den Kill hier und beschafft S4 eine doch einfache Lane auf der Safe-Lane anscheinend. Ich bin mir ganz sicher, ob S4 doch in die Mitte geht. Es scheint so tatsächlich, als ob hier Arteezy die Draw-Ranger auf die Safe-Lane nimmt. Wir haben S4 in der Mitte als Razer. Kuro mit der wunderschönen Fischer, die ihm das First Blood beschert hat. Krasse Aktion von Kuro hier. Und, naja, Kuro Kai, wie er auch gerne genannt wurde. Ich habe das gesehen, ähm, naja, im Kassus-Kritik von Johann Dota war das halt auch als der Exempel. Wie wollen Spieler genannt werden? Kuro ist halt jemand, der halt Kuro genannt wird, weil zum einen Kuroki aus der englischen Szene genannt wurde. Und Kuro Kai hat eigentlich, wollte er sich genannt haben, aber jener nannte ihn Kuroki. Dementsprechend hat sich halt jeder auf Kuro geeinigt und gut ist es. Genau, das lässt Sai auf der Off-Lane, auf dem Bad Trader. Und tatsächlich sind Big God Aggressive hier gegangen. Und wir sehen halt auch schon die ersten Sachen, die passieren. Sai gegen RTK. Das sieht erstmal nicht so gut aus. RTK muss doch schon die erste Salve benutzen. Sai scheint die Lane doch recht gut in der Kontrolle zu haben. Viele Napalm-Stacks sorgen für ziemlich viel Last-Hits auf dem Bad Trader. Und ziemlich viel Spacing hier auf Tidehunter. Der doch nur mit Anchors-Mesh und ohne Krakenshell doch einiges an Harris bekommt hier. Puppy macht den ersten Pull-Through, wird auch direkt contestet. Sowohl von Burning als auch von Lanham. Burning musste halt die Last-Hits hier holen eben. Oh, und die Nive von Puppy. Sneaky, sneaky. Tatsächlich haben wir hier die Sentry-Word-Dewarded. Das heißt, er wusste schon, wo die Sentry-Words sind. Aber Lanham, wird hier gegout. Frostpfeile kamen leider zu spät aus. Sollte aber gucken, dass Artesia 10 nicht overextendet. Sonst könnte es böse werden. Apropos overextenden, Sai ist hier doch sehr aggressiv da. Zwei Napalm-Stacks. Macht hier schon ein Go of RTK. Das sollte ein Kill werden. Wenn sie sich jetzt hier nicht juken lässt. Stake-Charges benutzt. Vier Napalm-Stacks. Gleich fünf Napalm-Stacks. Easy Kill von Sai. Schön executed. Und hat auch einfach kaum attackiert. Einfach damit das Tower. Auch nicht gezogen wird. Richtig gut gespielt. Von Sai und ein Easy Kill. Artesia wird jetzt hier unten gegout. Kein Support ist da. Das ist ein bisschen schwierig. Ice is Ice hat aber noch keinen Slow. Trotzdem sollte es reichen für Artesia. Papi kommt da hin. Und nicht rechtzeitig für das Grave. Zu groß reitig. Weil der sollte hier selber down gehen. Muss sich selber graven. Aber ob er da rauskommt. Wird wahrscheinlich jetzt Boots kaufen. Und eine Healing Bomb. Könnte es eventuell holen. Das Problem ist halt. Kuro wird hier auch noch sterben. Das ist ein 3 zu 1 Exchange. Ich weiß nicht was das von Secret hier sollte. Wirklich beide Supports für ein Support Kill reinzuwerfen. Keine guten Calls hier von Secret. Die ziemlich weit zurückkommen. Also die Aggressive Challenge läuft halt nicht so gut für Secret. Klar, Draw Ranger mit einem prinzipiell pullenden Papi. Kann natürlich nicht so gut laufen. Kriegt jetzt hier immerhin 3 Creeps. Wahrscheinlich auch besser, dass Burning halt nicht direkt Contestant kommt. Und hier vielleicht auch ein paar denied werden. Pull Through Camp. Ja, sie meinten den Observer Warden. EGM Ward haben sie gewordet. Der Sentry Ward ist auch schon ausgelaufen. Kann man essentially auf die Lehngen gestellt, obwohl er ein bisschen unnötig war. Atisi kann letztlich auch ein bisschen Alphawürfe snacken. Aber wieder auf die Lehngen kommen. Wie sieht es eigentlich in der Mitte aus? Wir haben Zhao 8 gegen S4. Razor 18 zu 3 gegen den Shadowfiend 7 zu 0. Der Link ist halt einfach sehr, sehr stark. Wird auch hier gemaxed. Also wahrscheinlich ein 4-4-1 oder 0-Bild. Wie auch immer gegangen werden soll. Mitte läuft gut für Secret. Toplane läuft exzellent für Secret. Aber die Bottomlane prinzipiell. Atisi kriegt hier kaum was. Und Papi wird ständig gegout. Wird auch schöne Bodyblocks von Lennon hier. Aber schön zurückgeworfen von Atisi. Eventuell können sie das gut hören. Nein. Oh, Papi wird jetzt hier von Atisi geblockt. Oh, ping, 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 ping. Das ist bitter. Aber Burning wird dafür down gehen. Atisi kriegt hier den Kill. Und steht tatsächlich noch. Sollte jetzt sehr schnell anfangen zu djuken. Und es sieht soweit auch ganz gut aus, dass er das gedjukt bekommt. Von daher Burning für Atisi. Exzellenter Trade. Dieses Mal für Secret. Gleich so ein bisschen den Kill eben aus. 4-4 auf dem Board jetzt. Allerdings, ja, Atisi ist einmal gestorben. Burning ist einmal gestorben. Ansonsten nur auf der Top-Lane. Den einen Solo-Kill von Sai. Die Last-Hits zeigen es auch schon so ein bisschen. Secret ist weit voraus in Sachen Last-Hits. Sai kriegt eine gute Lane. Razor in der Mitte. Exzellent Display. Bottom-Lane. Struggling beide Carries ein bisschen. Burning mit 16 zu 1. Gut gegen Atisi 6. Sehr viel weniger, klar. Aber dafür ist halt auch Kuro komplett am Rotieren. Ich weiß nicht, er hat jetzt nicht so viel bekommen, bis auf diesen einen Exchange. Und er hat, okay, 0, naja, 1-1-1, klar. Hat sich einmal gegen den Lich geopfert. Ob es das wert ist, ist so eine Sache. Aber ich weiß nicht. Applied immerhin Pressure. Vielleicht auf Jawa-8. Naja, ein bisschen zu weit hinten. Ein bisschen zu weit hinten. Macht zumindest ein Space in der Mitte. Dass Kuro immer auf dem Map ist mit dem Earth-Checker. Sollte wahrscheinlich auch für einiges in Sachen Space createn. Und vor allen Dingen halt auch Angst createn. Gut sein. Sei jetzt schon Level 6. Tatsächlich auf Level 6 gar kein Lasse geskillt hier. Hätte jetzt halt schön den Go machen können. Andererseits Lasse auf der Solo-Lane gegen Titan. Das ist vielleicht auch so eine Sache. Sollte ihr vielleicht nicht die Tower-Agro sehen. Holy shit. Sei. Große Probleme eventuell jetzt hier. Baited natürlich ein bisschen. Sieht, dass halt auch einfach keine Ravage da ist. Mit 7 Stacks sollte hier der down gehen. Flame Break als letzter Hit. Oh, und hat tatsächlich die... Tatsächlich sogar die Napelm-Stacks weggelassen. Weggehen lassen. Aber er holt sich noch den Kill. Auch mit der Hilfe von Kuroki. Kurokai. Die er hier auf der Top-Lane diesmal sich zeigt. Und Space created mal wieder für Sai. Auf der Bottom-Lane gegen Papi. Wieder down auf der Lane. Die Lane läuft nicht so gut. Aber solange Artisa nicht stirbt. Und die Lane sonst nicht so viel bekommt. Klar, Burning kriegt ein bisschen CS. Aber sie haben sich das CS schon recht low gehalten. Wenn man im Vergleich sieht, was auf der Seite von Secret in der Mitte und auf der Top-Lane möglich ist. Also 23 CS nach 6 Minuten ist für Burning-Standards natürlich gar nichts. Kriegt ihr auch nicht mehr den Last-Hits. Be God's Struggles. Auf der Top-Lane vielleicht eine nächste Action sei. Mit der Invis-Rune. Aber auf der Level 7 noch kein Ulti. Sehr viele Punkte in Firefly. Aber kein Lasso. Wir denken halt, dass die Lane noch ein bisschen halten wird. Jetzt RRTK immer noch kein Level 6. Wird aber jetzt Level 6, glaube ich gleich. Nein, die Creeperf wird noch nicht sterben. Wird noch nicht down gehen. Sai sollte hier down gehen. Aber immerhin nicht ganz allein. Kommt tatsächlich noch weg. Oh, ganz knapp hier. Da konnte Lanham nicht hinterher gehen. Und Blink-Dagger nach 6 Minuten 44 für Sai. Holy Crap. Nach der Bottle. Das ist großes Kino, was wir hier sehen von Sai. Und eine exzellente Lane. 3-0-0 mit 40 Last-Hits. Nach 7 Minuten. Sai geht ab. Ich habe das dumpfe Gefühl, dass er jetzt auch in die Mitte rotieren wird. Einen schnellen Kit auf Zhao-8 holen wird. Es hat jetzt im Fountain. Hat den Smoke. Und wird wahrscheinlich jetzt einen Mitte-Kill holen. Mit Razor sollte das easy sein. Da kommt doch schon die Rotation. Smoke ist gepoppt. Und wir sehen direkt die Unitation. Zhao-8 sehr weit hinten. Die Frage ist, ob es reicht. Und es sieht nicht so danach aus. Wir gehen über dran. Link ist da. TP-Reactions kommen aber wesentlich zu spät. Und Zhao-8 geht da einfach down. Eventuell können sie sogar noch einen Kill auf SS-Eisken holen. Aber wo er extendet nicht. Bisschen was in Damage gestohlen. Aber instant der Kill. Instant die Rotation von Sai. Zhao-8 hat da wohl noch nicht mit gerechnet. Außerdem konnte er halt auch nicht wirklich weiter hinten stehen. Und schöne Rotation von Sai. 3-0-1. Und macht hier die Plays. Papi beginnt jetzt auch zu stacken. Mal schauen, ob es für einen Razor wird. Oder noch mehr für Sai. Damit er seinen Force-Def bekommt. Und seine Range noch ein bisschen mehr ausbaut. Double Damage-Wohnen jetzt für ihn. Kann sich jetzt ein bisschen mit RTK anlegen. Aber der hat jetzt Ravage. Und mit Lennon. Der eventuell dann. Weil sich nichts Lassus dienen könnte. Jetzt wird tatsächlich der Go gemacht. Aber Ravage. Ist drin. Und was wird gestohlen? Fissure tatsächlich. Oh, oh, oh. Das ist groß von Lennon. Kurokai hat. Da nicht rechtzeitig. Sein Weh machen können. Totem. Weiß nicht, war auf Cooldown. Oder wollte er nicht unbedingt machen. Und jetzt. Lennon mit der Fissure. Könnte jetzt auch angefangen zu rotieren. Denn so eine Fissure ist immer eine große Sache. Wird wahrscheinlich zurück zur Base gehen. Mana holen. Und dann die erste Rotation irgendwo hin machen. Besonders bei Papi. Beziehungsweise bei Atizie auf der Bottom Lane. Sollte das doch richtig eine gute Lane sein. Um mit der Fissure Block. Kills zu holen. Auch schon. Bear Trailer lasse auf Cooldown. Der nächste Kill kommt bestimmt. Aber. Ich weiß nicht. Vielleicht mit einer Fissure und einem Lift. Könnte man das abwehren und turnen. Ist sich aber nicht sicher. Geht jetzt tatsächlich zurück zur Base. Rutscht sich Bottle Charges. Hatte schon den Smoke. Und wird mit dem nächsten Smoke die nächsten Kill holen. Burning. Könnte da eventuell in Cooldown sein. Das heißt, ich habe noch keinen Punkt in der Replika. Weil er noch keinen Easy Way Out hat. Aber die Wave Form. Das ist natürlich auch recht einfache Escapes ermöglicht. Geht tatsächlich auf die Bottom Lane. Denn das Problem ist halt nur. Naja. Es fehlt halt irgendein Farmer. Und er läuft tatsächlich auch BG direkt in den Weg. Mal schauen, ob er hier Firefly anmacht. Ansonsten wird es recht schwierig sein. Hier. Da kommt der Blick. Oh. Schön die Fissure gemacht. Sai geht hier tatsächlich down. Killing Spree geht an Shadow Fiend. Zhao 8 verdient sich hier eine gute Portion Geld. Und damit hat Sai jetzt ja gar nicht gerechnet. Bitter für ihn. Der erste Kill. Einiges wert hier. Der 1000 XP. 800 Gold Swing hier. In Sachen Net Worth. Das gibt einen großen Dämpfer. An Secret. Die hier doch eigentlich wahrscheinlich auf den Schultern von Sai. Den Go machen wollten. Aber damit erstmal ein bisschen warten müssen. Lennom hat die Fissure noch eine Weile. Und jetzt wahrscheinlich versuchen noch eine weitere Plays zu machen. Besonders auf S4 wäre das eine Möglichkeit hier in der Mitte. Den Kill zu machen. Aber da brauchen sie halt einige Helden. Aber Fissure ist da. Lift ist da. Wird die Ohne gepoppt. Aber trotzdem reicht es nicht ganz. Kriegt noch gerade das Feld raus. Aber viel mehr macht es auch nicht. Vier Leute in der Mitte tatsächlich hier. Burning ist noch reingekommen. Um sich ein bisschen XP anständig zu snacken. Klar. Aber trotzdem. BG kriegt die Killz. Und nimmt halt Secret das Momentum weg. Das sie halt auch dringend brauchen. Besonders halt auf Sai. Sai versucht jetzt erstmal ein paar Sexte zu machen. Brauche halt noch einen Force-Dev. Brauche eventuell Boots. Tranquils wären wahrscheinlich hier die richtige Wahl. Noch den gewissen Movement Speed. Um halt auch die erste Blink-Range zu vergrößern. Prinzipiell wahrscheinlich ungefähr eine Sekunde Zeit. Zwischen gesehen werden und ranblinken. Und das lasst du dann halt machen. Und die Tranquils mit 30 Movement Speed. Geben da halt schon einfach eine gewisse Geschwindigkeit noch da. Wo man in der einen Sekunde oder die Reaction Time halt auch einfach die Distance sehr schnell verringern kann. Außerdem. Wenn man vorher nicht getroffen wird. Kann er auch die Tranquils Boots noch sehr schnell benutzen. Um halt auch schnell abzuhauen. Je nachdem wie groß die Creepfiff ist. Von daher natürlich ein ziemlich gutes Item auf Batrider. Klar. Sonst würden es nicht so viele bauen. Außerdem halt der Sustain. Mit der Bottle hat er genug Mana sowieso. So Mana-intensiv ist der Batrider nicht. Obwohl das Lasso 220 Mana kostet. Firefly 100. Mana-intensiv ist schon der Batrider. Aber meistens halt auch nur weil er keine Mana-Items hat. Mit der Bottle. Geht das doch einen weiten Weg in Sachen Mana-Management. So. Der Fight um die Bottle passiert jetzt hier. Burning könnte auf die Klippe gezogen werden. Aber bringt natürlich sowieso nichts mit der Waveform. Und Sai hat auch gesehen. Okay. Der Ward ist da. Mache ich lieber keinen Go. Auf der Top-Land. Arteezy battelt sich ein bisschen mit RTK. Secret S4 kommt halt tatsächlich jetzt rein. Aber zum einen Ravage. Zum einen kommt jetzt die Rotation. Wissen sie zwar nicht. Aber das Problem der Ravage ist halt immer noch da. Und auch S4 war einfach nicht in Position. Haben sie gut es weiter gemacht. Also haben sie gut weg die Detail-Tanter aus der Lane geholt. Aber ansonsten nichts. S4 wird jetzt Enchants machen. Wird die Lane ein bisschen zu Korakai geben. Der hat zwar schon Level 7 ist tatsächlich. Aber hey. Mehr Levels in dem Aftershock ist immer gut. Außerdem. Er braucht ein bisschen Gold bis zum Blink-Dagger. Allerdings. Es dauert noch ein bisschen bis dahin. Sai hat anscheinend den Go hier gemacht auf Rubik. Hat ihn nicht ganz bekommen. Ist kurz dran gekommen. Na doch. Lift wurde nicht benutzt. Von daher. Nevermind. Es wird kein Go passiert. Stack. Hier ist unerfolgreich von BG. Trotzdem aber ein Triple Stack erstmal auch für R2K um ein bisschen aufzuholen. Weiß nicht. 1000 Gold. Da dauert es noch ein bisschen bis zum Blink-Dagger. Oder zum Mech. Je nachdem was er gehen will. Aber Mech hat schon Shadowfiend. Der klassische oder der aktuelle Mech Shadowfiend-Bild. Trotzdem 14 Minuten Mech. Das ist 13 Minuten Mech. Ist ja schon ein bisschen fertig. Nur noch nicht da. Weiß nicht. So schnell ist das nicht. Reiser geht tatsächlich nicht aufs Mech. Es geht nur um das Mech anscheinend komplett hier. Gut. Wollen aber vielleicht auch nicht so früh pushen. Eher Pick-offs holen mit dem Batrider. Wo das Mech nicht so gebraucht wird. Na bin ich mir nicht so sicher. Besonders auf Reiser könnte man eigentlich einfach einen Mech bauen. BG Smoken teilweise. Burning läuft so hinterher. Die Ward haben tatsächlich keine Ward dort. Und finden jetzt hier erstmal Puppy. Das kann schlimmer funktionieren. Puppy wird gefunden. Und wird einfach gekehlt. Oh. Sie finden tatsächlich sogar das Dazzle-Ulti. Jetzt kommt die Ravage raus. S4 drin. Und Koroki-Tree. Lich-Ulti kommt rein. Bounced aber leider in der Kree-Fave ein bisschen. Und bounced tatsächlich komplett weg. Zaya auf der Hinterhand. Wird gechased vom Lich-Ulti. Tatsächlich geht hier auch noch S4 down. Kritischer Exchange. Kriegen hier immerhin den Shadow Fiend. Aber 1 zu 2. Mitte für Mitte. Ziemlich guter Exchange. Hier für Big God. Und wahrscheinlich den Tower. Auch der es wird. Mal schauen mal Re-Engage von Secret. Wie sieht es aus. Korokai nicht in Position. Sei. Kann auch recht wenig tun. Halten den Tower. Für jetzt. Da kommt der letzte Schuss für den Tower. Big God muss commenten. Es sei denn, sie riskieren, dass der Tower hier in den Night wird. Das Matisi fängt an. Kriegen sie einen Last-Hit? Nein. Keine Chance. Sei wird tatsächlich hier vom Dazzle-Ulti getroffen. Geht aber trotzdem rein. Da kommt eine richtig schöne, deftige Flame-Break. Und killt tatsächlich den Rubik auf direkt. Der damit hin. Kein weiteres. Kein weiteres. Dazzle-Ulti casten kann. Dazzle-Ulti bla bla bla. Weave war das, ne? Ja, Weave. Smoke von Secret. Passend auch nicht unter diesem Wort. Ganz praktisch. Haben es schon früher gemacht. Von daher könnte das eventuell sogar was werden. Sie finden hier tatsächlich den Engine-Stack. Das könnte groß sein. RTK wird sehr low von dem Engine-Stack hier. Aber. Oh, das. Atisi. What are you doing? Ah, durch. Ah, sind tatsächlich in der Elo gelaufen. Das ist bitter. Und Atisi hat sich da gezeigt. Papi wurde halt detected, weil sie halt oben hier RTK gesehen haben. Und das wäre ein ziemlich großer Pick-off, wenn sie den gefunden hätten. Mein Tithunter kriegt dadurch nicht ganz den Blink. Aber dieser Engine-Stack wäre halt schon sehr, sehr saftig. Für Secret, wenn sie den gefunden hätten. Ohne Ravage. Aber. Atisi hat sich da ein bisschen. Bin ich ganz sicher. Papi wurde detected. Und dann. Dachten sie, dass da Dinge passieren. Aber nein. Außerdem hat auch die Muffling-Uli. Elo genau zur richtigen Zeit im Rohrschnein gelaufen. Wo Secret quasi da hinsmoken wollten. Die wollten die wahrscheinlich nicht machen. Aber. Burning wird jetzt tatsächlich gefunden. Hat jetzt schon die. Regen-Rune gesnackt. Aber da kein Support in der Nähe ist. Kein Go gemacht. Außerdem die Elo. Dachten sie vielleicht, dass sie da ist. Aber eigentlich. Hätten sie vielleicht hier wissen können. Okay. Die Elo wurde hier gecastet. Wird wohl noch nicht ab sein. Das hätte vielleicht ein Kill of Burning sein können. Je nachdem. Wo er hin. Ge-Way-Formed wäre. Oder wo sie ihn hin lassen könnten. Trotzdem. Er ist vor und sei alleine. Wollten da kein Go machen. Der aggressive Ward von Big God. Könnte sich aber hier sehr, sehr weit auszahlen. Besonders wenn noch so ein Smoke kommt. Und der nicht. Weit genug. Hinten gemacht wird. Sondern das ist halt so meistens die Position. Wo gesmoked wird. Auf der Seite von Secret. Und das ist von BG. Wird eher da gesmoked. Ungefähr die korrespondierende. Pondierende. Okay. Das direkte diagonale Position wäre. Hier oder hier. Das ist halt. Die Position wo Big God meistens smoked. Gohan hat hier direkt. Finden Korokai. Und Puppy. Was eventuell schwierig sein sollten. Wenn sie den Burst nicht rausbekommen. Jetzt sind die Burst. Puppy ist da. Puppy ist zu später. Findet das Grave. Long Range Grave. Das geht es tatsächlich. Und kommt hier der Echo Slam. Nein. Da kommt der Echo Slam nicht. Kriegen es nicht hin. Lennon mit den großen Plays. Fischer gestealt. Und mit dem Fischer halt irgendwie. Den letzten Starm rausgehauen. Bis das Grave Cine war. Wieder mal Fischer Stil. Keine gute Sache. Aber gut. Wenn Sie Smokes so lange warten. Bis die Fischer zum Farm benutzt wird. Dann kann man das halt auch mal machen. Wie sieht es generell im Farm aus? Nach 17 Minuten. Haben wir eine generelle Lead von Secret. Hauptsächlich auf dem Rücken von Sai. Die langsam aber sich herunter geht. XP. Nach ein paar Engages. Nach ein paar Pickoffs. Doch schon sehr stark weit runter. Weiß ich nicht. Sei er hat jetzt einen Force-Dev. Secret müssten was tun. Wir müssen halt jetzt die Zeit nutzen. Wo Bad Trader jetzt top ist. Artizi. Findet hier Shadowfiend. Kann ihn zurückwerfen. Aber... Big God fangen an zu groupen. Haben halt die Ravage. Haben das Lich-Ulti. Und können damit sehr einfach groupen. Wohingegen Secret eher auf Pickoffs gedacht ist. Und... Weiß ich nicht. In der Fünfergruppe wird es schwierig für Sai. Ohne BKB wirklich reinzuspringen. Deshalb... Es ist ja die Sache. Wie weit jetzt wirklich Secret fighten können. Holen jetzt die BKB den Tower. Kriegen einen Trade raus. 1 zu 1. Beide Tower gehen down. Sai kriegt eventuell top den Tower. Glyphil ist noch da. Der Tower wird jetzt benutzt. Akku wird getoggelt. Und Sai holt sich den Tower. Aber da kommt die Rotation. Kriegt er nicht den Kill? Ah, ganz knapp. Der Morphling Elo braucht auch 2 Hits. Aber bitter für Sai, dass er da nicht den Last-Hit bekommen konnte. Weiß ich halt nicht sicher, was da rein tepid. Wenn das ein Rubik gewesen wäre. Mit dem Morphling Elo wäre das halt auch sein Tod gewesen. Deshalb eher sicher spielen. Sicher spielen tut uns auch Big God. Jetzt erstmal... Zu viert. In Roshans Niken. Beziehungsweise jetzt zu fünft sind. Secret sehen das jetzt hier mit dem Ward da oben. Unten, der gerade ausgelaufen ist. Der Soul-Ultie kommt tatsächlich rein. Long Range von Papi hier. Um das vielleicht ein bisschen zu delayen. Aber nein. Big God sind sich sicher, dass Secret nicht kommt. Und ziehen das hier durch. Aegis für Shadowfiend. Es winkt langsam wieder runter. Wir haben zwar den Last-Hits. Shadowfiend übernimmt das ganze Board. Trotzdem immer noch S4 und Sai. An Position 2. Dichtgefolgt von Burning. Dichtgefolgt von Arteezy. Es ist recht even in Sachen Net Worth. Aber Map Control so langsam. Trotzdem der Furcht eigentlich von dem Batrider. sind Big God sehr confident. Und spielen das hier sehr weit runter. Fighten auch früh im Rosh-Bit. Gehen früh in Rosh rein. Und spielen halt sehr, sehr sicher. Sind zu fünft sicher. Und lassen sich einfach nicht von dem Batrider beeindrucken. Das ist halt die Frage. Seien muss halt jetzt irgendwas tun. Es ist jetzt seine Zeit. Klar wird nicht wirklich abnehmen. Aber es wird halt auch immer schwieriger für ihn Pick-Offs zu finden. BKBs werden rauskommen. Sowas wie ein E-Blade für Morphling. Ist jetzt schon draus. First Item E-Blade. Sehr aggressiver Bild hier von Burning. Keine Lincolns für Morphling. Obwohl das Lasso hier rauskommt. Wie man hier für Zhao Aids sieht. Diese wunderschöne Flame Break. Der hier das Ulti abbricht. Aber mit der Aegis müssen sie natürlich da abhauen. Tipee auch frühzeitig raus. Alle gehen weg. Wissen, dass die Rotations reinkommen. Und sie da auch mit der Elu. Sind sie da zuführt. Auch schön gemacht. Burning wird tatsächlich gefunden. Wird gesilenced. Oh, oh, das könnte schwierig für Burning enden. Kriegt das raus. Nein, er kommt nicht raus. Geht hier down. Seine Elu ist auch gerade angegangen. Also 5 Sekunden vor 10 Sekunden. Und dann kriegen sie tatsächlich einen einfachen Kill of Burning. Was groß ist. Er hat wohl gerechnet, dass alle noch top sind. Aber die sind halt alle sehr schnell in die Mitte gegangen. Seibert aber jetzt hier gefunden. Wird geliftet. Hat ein Force Dive. Kann noch weggehen. Aber schafft es nicht schnell genug. Und die letzten Hits kriegen tatsächlich noch einen Kill. SV geht hier rein. Sollte vielleicht aufpassen. Lanham ist dort. Hat zwar keinen Skill. Aber kriegt es hier einen Link wohl. Ja. Link auf Rubik. Geht so keiner mehr den Damage rausziehen. Was halt auch eine gute Sache ist. In dem ganzen Lift kann man schon einiges an Damage zielen mit dem Level 3 Link. Hat auch den Blink, der ja schon nach 21 Minuten. Also Lanham gut dabei. Hat auch einiges hier. Finden nur einen Double Stack. Und werden auch von RTK gefunden. Schöne Fissure kommt raus. Aber kein Fissure Block. Und ja, Kuro. Ich biete einfach raus. Oh, und Lanham mit den Blaze blinkt hier rein. Bricht das TP ab. Und Kuro kann nichts weiteres tun als zu sterben. Puffy auf dem Retreat kommt da auch weg. BG wollen da nicht zu weit diven. Haben einen schönen Kill bekommen. Und nehmen halt auch, was sie kriegen können einfach. Earthshaker, Blinkdagger wurde damit sehr delayed. Ah, das war sehr knapp davor. Das sieht mir sehr danach aus, als ob das 100 Gold oder so davor waren. Aber erstmal Top-Engine-Exchange. Sei es ein großes Problem, muss hier vorstaffen. Hat Schwierigkeiten hier rauszukommen. Aber mit dem Firefly kommt er rechtzeitig dahin. Das rechtliche Team von Big God kann nicht hingehen. Aber jetzt eine Trap. Java 8 versucht da reinzukommen. Hat hier schön den Steal jetzt vielleicht auf Lasso. Kann stealen. Findet aber nur das Napalm. Das ist bitter. Sei immerhin gegraved. Kann jetzt nicht noch weitergehen. Denkt sowieso, dass er tot ist. Kriegt das Ulti hin. Dann das Death-Ulti vom Shadowfiend. Kriegt den nicht down. Burning könnt ihr eventuell reingehen. Nein, hat keine Mana. Das ist bitter. E-Blade ist schon draußen. Hat den Dezler gekillt. S4 steht jetzt hier drin. Hat keinen Link. Hat keine Möglichkeit. Kann den Damage machen. Das Lich-Ulti kommt dann raus. Wenn es bounced. Ja, es bounced. Und es bounced böse. Klar, mit der ganzen Tree-Hilfe da. Und es ist ein 2-für-2-Exchange. Gut für Secret, würde ich sagen. Support und die Mitte. Prinzipiell für die Mitte und den Off-Laner. Lief auch in Sachen Exchange hier ein bisschen besser für Secret. Aber nicht so wirklich. Also minimal besser. Trotzdem, sie kriegen hier die Exchanges. Und Big God haben sehr viele Helden nach oben tippet. Prinzipiell war Lich dort. War Lanham dort. Und haben ein bisschen Space created. Thrown Ranger konnte weiter farmen. Atizi ist aber auch eigentlich recht arm. Wenn man einen Morphling vergleicht. Der einen E-Blade hat. Gegenüber Atizi, der nur einen Jascha hat. Müssen Sie schauen. Smoken an einer recht greedy Position. Haben Sie ein Game? Ja, ist okay. Sie haben ein Game. Damit ist das natürlich nicht greedy. Gehen Sie jetzt mit dem ersten Game auf die Suche. Wenn Sie hier was finden. Findet hier Morphling. Die Frage ist, ob Sie ihn bursten können. Aber mit dem Gush sollten Sie das bekommen. Die Frage ist, ob hier Kuro zu weit vorgeht. Und es sieht danach aus. Müssen wir halt hier gucken, dass sie halt auch Burning finden, bevor er Replicate rausmachen kann. Hat aber hier ein Replicate gemacht. Schön auf dem Lowground. Und jetzt wird er gefunden von Switch die Frage ist, haben Sie den genügend Damage, um ihn zu bursten, bevor er an das Replicate gehen kann. Und es sieht nicht danach aus. Kann hier sogar raus-Waveformen. Aber der Damage ist tatsächlich draußen von Atizi. Wollte nicht mit dem Replicate rausgehen. Obwohl er das Replicate, glaube ich, hier auf dem Lowground gemacht hatte. Vielleicht wurde es aber auch sehr schnell gefunden hier von der S-Forschbar. Ich bin mir nicht ganz sicher, was damit passiert ist. Denn Lenin ist hier auch down gegangen. Wollte reengagen. Wollte hier wichtige Lifts machen. Aber leider war das gesamte Team von Secret hier. Und die kriegen sogar einen Tower daraus. Kill of Burning, Kill of Lennon plus ein Tower. Sehr gut in favor of Team Secret. 14 zu 14. Die erste Tower des Spiels geht aber an Secret doch. Obwohl Big God gerade ein bisschen angefangen hatte, das Momentum zu übernehmen. Jetzt mit dem Weave gehen sie sogar zuerst über Highground. Gucken mal, wie viel Damage sie raushauen können. Mit Atizi ist das nicht eine einfache Sache. Hat zwar noch keine Precision Hour aktiviert hier. Siege Creep und die Range Creeps könnten hier helfen. Aber uh, frühes BKB von Atizi. Da der aggressive Blink natürlich von RTK da war. Weave mal wieder gestohlen von Rubik. Aber wunderschönen Fissure Block hier. Um Secret den Escape zu retten. Papi, kommt das nicht noch raus? RTK findet ihr hier nicht. Schöner Hit and Run von Secret. Und sie haben einiges an Damage auf den Tower gemacht. Haben schön genau die Zeit genutzt. Die Burning da war und sind sehr schnell zurückgegangen. Wunderschöner Fissure Plot von Kuro. Und raus sind sie. Hit and Run. Die Grafen zieht das so ein bisschen hoch. War jetzt nicht sonderlich viel. Aber der Match auf den Tower, das nächste Mal, könnte es hier Rex sein. Beziehungsweise ein Buyback. Und ein wichtiger Kill natürlich auf Burning, der, naja, die Wunderwaffe von BG prinzipiell ist. Denn der Morphling wird fett werden. Die Frage ist, wann? Shadow Fiend ist eine starke Force. Hat aber auch mehr defensive Items. Gerade BKB und Mech minimieren natürlich ein bisschen so die offensiven Fähigkeiten von Zhao 8 hier. Okay, jetzt mit dem Igesong, natürlich. Also, frühes Butterfly hier. MKB wird noch für eine gewisse Zeit nicht gebaut werden auf der TZ. Und, äh, ja, auch sowieso auf S4 wird es noch ein bisschen dauern. Tja, holen sich jetzt ein bisschen Engines. 26 Minuten drin. Sehr viel passiert. 28 Kills. Nach, nach 26 Minuten. Ist immer ein Game, wo es was passiert. Trotzdem, für Bat-Trader-Verhältnisse vielleicht sogar noch ein bisschen wenig Action. Wenn ich ganz gissicher, aber jetzt sei. Auf dem Weg zum BKB. Sehr viel Farm hier auf S3. Obwohl er nur 2,3k Net Worth über dem Tidehunter ist. Der langsam halt auch die Core-Items hat. Blink-Refresher schon fast fertig. Ist knapp 1000... Na, ist 1900 vom Refresher entfernt. Das ist halt auch so eine Sache. BKB ist auf Atisi, ja. BKB ist auf S4. Und BKB ist in der Zeit dann auch auf Sai. Trotzdem, je nachdem wie es läuft, wird er natürlich auch warten, bis die BKBs down sind. Wenn es denn möglich ist. Wenn Secret hier überrascht werden mit einer doppelten Ravage, wird das sehr, sehr schwierig für Secret, das nicht in einem kompletten Team-Wipe zu enden zu lassen. Müssen halt schauen, wer die Initiation bekommt. Klar, Sai Batrider wird erstmal einfacher für Secret, hier wirklich ein Pick-Off zu bekommen und generell zu initiieren. Aber zum einen Tidehunter kann Counter initiieren. Zum anderen kann es auch durchaus sein, dass Biggot hier die Initiation bekommt und dann sieht es sehr schlecht aus für Secret. Wenn die BKBs nicht rauskommen, wenn die wichtigen Helden vorher rauskommen, wenn Atisi schlecht steht, kann viel passieren in diesem Line-Up. Und mit Ravage kann man da alles wirklich panischen. Das ist noch ein bisschen Pressure auf die Bottom-Lane machen. Ähm, Atisi mit dem Manta, die auch direkt die Manta-Illusion benutzt. Um ein bisschen zu pushen, dass ich finden sie RTK, aber, ah, das Game, das Game ist woanders. Und das ist sehr, sehr gut gerade für Biggot, die da schöne Vision haben. Und wo Sai, da kommt Sai tatsächlich. Wenn ihr hier ein bisschen... Oh, hat die BOTs abgebrochen gehabt. Das ist bitter. Jetzt müssen die Secret sehr, sehr schnell sich zurückziehen. Sie wissen, dass hier gegout wird. Und das wäre tatsächlich ziemlich groß gewesen. Wenn Sai da reinkommt, zurückblinkt tatsächlich, weil ziemlich viele Helden von Biggot da wären und genau RTK sieht. Das hätte bitter enden können für BG. Oder natürlich eine gute Initiation, denn da wird schwer rauszukommen. Man weiß es nicht. 35 Sekunden bis Roshan. Das wird der nächste große Fight wahrscheinlich werden. Secrets sind auch erstmal in ihrem Dschungel. BG sind schon gesmoked. Als ob sie wussten, dass hier demnächst Roshan spawnen wird. Aber sie wissen halt auf jeden Fall, demnächst wird Roshan spawnen. Maximal eine Minute. Es wird bald kommen. Und Biggot sind ready dafür. Kein Roshan. Sehr schade dafür. Aber für der Sill auch das Medallion. Beide Teams können Roshan jetzt sehr, sehr schnell finishen. Und es scheint so, als ob Biggot erstmal in den Jungle smoken und mal schauen, dass sie auf jeden Fall Roshan mitbekommen. Sobald es da ist, Smoke wird jetzt gebrochen und der Ward sieht natürlich alles. Papi ist da ein bisschen problematisch weg. Kann versuchen zu tp'n, aber wird das halt ganz schön nicht schaffen. Kann hier, ja gut, kann sich halt jetzt graven, aber wird hier sehr, sehr einfach down bekommen. Papi ist 40 Sekunden down. Gerade ist Roshan gespawnt. Und das ist super bitter für Secret. Der Smoke ist gerade noch rechtzeitig für BG rauszukommen, dass er sich richtig gelohnt hat. Das ist ein Rosh. Sei muss er gucken. Tatsächlich bei Nacht jetzt. Sneakt er hier hinten ran. Haben wir auch den Ward? Können wir mal schauen. Nein. Wird die Lane pushen, aber wird hier keine... Nicht versuchen irgendwie die Aegis zu zielen oder sowas. Ist noch kurz vor dem BKB und wird das jetzt erstmal nicht so schnell abgeben. Secret kriegen immer in den T2-Top-Tower und ein bisschen Damage auf den Mid-Tower. Immerhin ein bisschen was. Trotzdem, BG hat einigermaßen das Momentum wieder zurück. Kriegen immer ein paar Pick-Offs tatsächlich. Obwohl sie Sai dabei haben, der eigentlich für die Pick-Offs zuständig ist. Aber bislang, super Performance von Sai. Trotzdem in Sachen Lasso-Kills. Ein bisschen weniger, als wenn man es meistens von Badrider sieht. 4 zu 2. Es sind halt nicht die üblichen Scores von Badrider. Auch nur 14 Kills in der Anzahl von Minuten. Ist ein super Game, aber es hat halt einfach nicht viel ermöglicht. Big God, beschränken sie sich mehr aus Farmen. Denn, naja, sie haben Burning. Das färbt ab. Atisi wird hier tatsächlich gefunden. Wie sieht es bei Lennon aus? Hat keine offensiven Fähigkeiten mehr. Kann aber dranbleiben. BKB gezündet und guckt hier, dass der herauskommt. Und ja, BKB-TP. Richtige Entscheidung von Atisi hier. Bevor auch irgendwas passieren kann. Sowas wie ein Lich-Ulti vielleicht. der sehr knapp davor war. Auch Force Staff benutzt, um sehr schnell reinzukommen. Aber zu spät. 31 Minuten. Mal schauen. Man hat auf der Bottomline gesehen, Secret kann durchaus schnell mal was holen, wenn sie Pick-Offs bekommen. Allerdings, ja, frühes Grave von Papi. Vielleicht ein bisschen zu früh. Nutzer Stick Charges benutzt alles, um dran zu kommen. Aber es scheint nicht ganz zu reichen. Doch, Force Staff von seiner letzten Sekunde. Aber der letzte Hit von Lanham tatsächlich holt hier den Kill und ermöglicht es eventuell Big God hier den T2 Tower zu pushen und die Base zu siegen. 35 Sekunden für Dazzle. Papi on the Sidelines. Kein großes Weave hier auf alle. Und Big God stellen sich ein, hier den Tower zu pushen. Aber tatsächlich sind Secret, die hier versuchen, vielleicht ein Base Race zu machen. und Big God zumindest RTK zieht sich hier zurück. Bereiten sich vor, eventuell zu tp'n. Aber nein, es wird keine Trap. Secret gehen auch zurück, haben die TPs auch gesehen und lassen sich hier nicht rein, rein luren, dass es vielleicht hätte eine Trap werden können. Auch knapp rausgekommen. Wussten halt auch, dass hier kein Ward ist, von daher war auch erst vorher sehr, sehr mutig und ist einfach so hier raus tp'n, obwohl er eventuell eine Sichtweise von diesem Ward hätte sein können. Und daher immerhin, Secrets schaffen es, dass Big God rotieren muss und dass sie eben nicht reagieren und in der Base hocken und darauf warten, dass Big God pushen. Denn dafür haben wir sie einfach ein zu mobiles Lineup. Atizi auf der Draw Ranger ist sehr schnell mit der Master of Madness. Der Rest hat eigentlich ja Blinkdagger. Skuru hat Blinkdagger, Dazzle, ja, ist eher immobil, deshalb ist es halt auch meistens der Held, der gepick-off wird 075 für Papi, und wurde meistens leider gefunden. Aber immerhin nur Papi. Dann bedenkt 07. Das heißt, so viele Cores sind ja noch gar nicht gestorben von Secret hier. Wie sieht das eigentlich aus? Wir haben Seide zweimal gestorben, sind Atizi nur einmal. Dahingegen Burning schon dreimal down gegangen, Shadow Feen schon viermal down gegangen. Das sind Stats, die noch okay sind. Viele Support Kills auf der Seite von BG. Was, weiß ich nicht. Für oder gegen die Supports von Secret spricht, bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, aber eher für die Supports. Waren immerhin so in der Position, dass die Smoke Gangs, wenn, dann nur auf Papi getroffen sind. Wo es halt immer schwieriger sein könnte. Auf jeden Fall Secret, Split Push is strong with him. Bis den Split Pushen, hoffen, dass irgendjemand zum Deffen kommt. Aber bisher sieht es nicht danach aus. Klingt doch hier rein, holen schon kurz den Kill. Sorgen immerhin wieder, dass BG hier rotieren muss. Zwei TPs zurück, kein Push auf den Bottom T2 Tower. Und Split Pushen das Game hier zu Ende. BKB fertig auf Batrider. Langsam ist der Batrider x6 slotted. Natürlich bis auf die Bottle, die man noch gegen einen Shivas oder sowas austauschen kann. Oder einen Hex. Wäre ja durchaus auch eine gute Sache. Finden hier den Ward und sein muss jetzt hier klar schnell sein gleich. Aber nein. Werden auch so schon vom Papi gefunden. Der schnelle Trigger Finger hat mit dem Weave und auch hier schnell scoutet und auch Jawa-Aid findet. Es sah für eine kurze Zeit so aus, dass Ob Secret hier Momentum gingen und die Bottom Lane durchpushen. Aber es wird erstmal nur Split Push sein. Atisis schickt nur noch seine Illus vor. Sind hier sehr defensiv, denn auch Big Gods sind hier in der Position das schnell zu flankieren und keine der beiden Seiten will hier irgendwie zu früh overextenden und sowas. Durchaus sinnvoll hier nicht so schnell gehen, denn es geht immerhin um Platz 4, äh, Platz 3 oder 4 oder um Platz 1 oder 2. Hier ist noch alles möglich. Der Gewinner kann uns noch ins Final, aber knapp von Secret da nicht Highground zu gehen. Sei es jetzt hier, sei, könnte Landum finden und finden hier tatsächlich Chow-8. Kriegt noch sein BKB raus, aber Lich-Uti bounced auch raus, aber nur auf Sai. Bounced jetzt wieder zurück, immerhin nur auf S4. Kein Damage gibt bisher gemacht. Atisis ist jetzt hier drin, sie versuchen irgendwas zu bekommen, aber es sieht nicht danach aus, dass sie es bekommen. Sie chasen, aber so weit geht es nicht mehr. Müssen sie jetzt hier zurückkommen, re-engage von Big God. Sieht nicht danach aus. Hätte schlimmer kommen können für Secret und hätte schlimmer kommen können für Big God. Und back to farming. Habe den Gage versucht, haben Chow-8 bekommen, haben Chow-8 low bekommen, aber mehr ist leider nicht draus geworden. Von daher zurück. Net Worth 3000 Gold die ganze Zeit. Super even und auch im XP super knapp dran und ja, das Game ist noch even. Allerdings muss ich mal quasi kurz pausieren und mal kurz für eine Minute weg sein. Stay tuned. und type und die und die Radiant's bottom tower is under attack. Radiant's bottom tower is under attack. Dyer's top tower is under attack. So, was haben wir verpasst? Nicht viel, ausgezeichnet. Unprofessionell, eh ich weiß, aber. Gut, das Ding ist so schön. Burning könnte jetzt hier in der Gefahr sein, sei es ready. Sei es ready. Schöne Echo Slam. Direkt auf Burning Goat. Und sogar ohne Lasso, schnell gebürstet. Schön gemacht hier und Burning geht direkt down, das ist bitter. Buyback-Status auf Burning ist natürlich vorhanden. Hat er ja nicht zu viel aufgegeben. Trotzdem bitterer Kill für Burning. Aber naja, nach dem Lasso auf die Elo immerhin noch den echten Burning gefunden. Und ja, Secret holen sich nen Pick-off und gehen direkt back. Sind zugespaced auch, um halt irgendwie noch mehr rauszubekommen. Ziehen sich jetzt erstmal zurück. Nächster Kill. Und nächster Versuch für Secret. 33 Sekunden noch für Burning. Nutzen Secret erstmal um zu farmen, Lanes rauszupuschen. Das Momentum oder die Map-Control sieht eher ganz gut gerade aus für Secret. Haben auch Illus überall. Scouten ganz gut. Es freut natürlich den Batrider. Trotzdem, Big God haben das Stracker Late Game. Sie haben Double Ravage. Sie haben Morphling. Sie haben Shadowfiend. Und das Lich-Ultie wird nicht unbedingt schwächer. Schauen wir mal, wovor Agamilus geht. Erstmal nicht. Nein. Wir kennen unendlich Bounces. Irgendwelche Bounces und Engines stacken oder so. Aber das ist natürlich eher Puppdoto. Und hier ist auch sehr, sehr aggressiv. Gucken hier, dass sie hier sogar die Engines bekommen wollen. Und Big God war knapp um die Ecke. Hätte auch Übel bekommen werden können. Trotzdem aber jetzt Secret zu fünft. Guck mal auf der Bottom Lane. Was kommt da für Puppy? Force Death. Sehr schönes Item dafür. Aber jetzt erst mal. Sai findet R2K. Können sie ihn Bursten, bevor die erste Ravage Down kommt. Sieht nicht so gut aus. Müssen hier Ravage Blown. Aber nur eine. Und da geht er down. Byback. Könnte vorhanden sein. Lich-Ultie bounced jetzt erst mal durch. Sai kann es wegtreiben. Finden hier eine Morphling-Ultie. Aber vielleicht passiert nicht. Joway zündet das Ultie erst voll drin. Aber es steht noch still. Und geht eventuell jetzt down Force Death zurück. Und er lebt. Es vorlebt. Ah Tee, sie kriegt einen Double Kill. Kriegt hier vielleicht sogar einen Triple Kill. Burning. Überlebt das Ganze noch. 3 zu 0 Exchange. Krass. Atizi. Wird geshotgunnt. Aber die richtige Shotgun-Schuss kommt nur hinterher. Nur der Setup. Kriegen sie den Tower? Eventuell mehr. Wie sieht es mit Byback aus? Byback auf allen vorhanden. Bis auf Lich und bis auf Rubik. Also R2K hat Byback. Könnte das für Refresher-Ultien nutzen. TP kommt rein. Wird direkt abgebrochen. Der Gas war da. Vielleicht nur um diesen Gas rauszuforcen. Nicht sicher. Weave ist jetzt am Goan. Burning. Kommt tatsächlich rein. Aber es ist halt die Frage, ob sie da wirklich jetzt Goan wollen. Denn die Armor sieht richtig stark aus. Plus 18, plus 19, plus 25 hier. Jawa 8. Ah. Wird gecatcht. Das Lasso ist wieder ready. Wird hier gegot. Atizi. Low. Wird geschotgunnt. Aber da ist ein großer Echo-Slam von Kurokai. Der geht hier down. Burning. Burning. Lebt noch. Das kann er gerade so durchmorphen. Shadow Fiend. On the sidelines. Shadow Fiend hat Byback. Aber Secret haben die Rex genommen. Ziehen sich hier zurück. Guter Korr davon. Und BG verlieren die Rex, aber halten immerhin noch das Game. 19 zu 6. Das hätte mit einem noch schlechteren Engage noch sehr viel schlimmer sein können. Trotzdem 19 zu 16. Eine Rex mit Morphling und Titan da ist jetzt nicht das Problem. Trotzdem Secret haben gezeigt. Ein Pickoff nahe an der Base. Und es kann sehr schnell in Rex münden. Ein T2 Tower steht noch. Top Rex. Top Tower hat noch die Hälfte an Leben. Roshan lebt aber auch wieder. Allerdings. Zhao 8. Noch 35, 30 Sekunden on the sidelines. Müssen sie auch gucken. Gescoutet. Weiß ich nicht, ob Secret Roshan schon gescoutet haben. Ich weiß nicht, wie lange er schon da ist. Aber Sai. On the hunt. Findet ihr Art okay. Ziehen zurück. Aber schön. War zu greedy von Sai, dass er da nicht das Lasso gemacht hat. Und wird tatsächlich von Lanham jetzt zurückgeworfen. Hat immer noch seinen BKB an. Kann jetzt hier immer noch drin bleiben. Tatsächlich. Versucht das ganze noch zu chasten. Ich weiß nicht, kommt Secret hinterher. Sieht nicht so aus. Trotzdem kommt aber der Go und Papi und Kuro und Sai alleine. Holen alle Supports down. Zu dritt. Tief im gegnerischen, feindlichen Territorium. Und trotzdem holen sie da noch Kills raus. Wo war Atizi eigentlich? Atizi ist auf der Top-Lane. Atizi ist doing Atizi things. Wird von Burning gefunden. Aber ja. Secret. Zu viert. Roshan alleine. Wer braucht schon eine Draw Ranger. S4 hat einiges an Damage hier. Casually die Delusion hoch. Und Burning ist jetzt hier oben gefangen. Oh oh. Das ist die Frage, ob sie es wollen hier. Radiant kriegt es. Und Jäges geht an Morphling. Morphling setzt Jäges. S4 wird low. Kann den Cheese fressen. Die Frage ist, können sie das turnen. Atizi versucht mit dem Split-Push hier. Kriegt die Racks tatsächlich down. Und versucht mehr. BKB auf Cooldown. Aber Schau 8. Schön vom Gas getroffen. Kann jetzt hier fast down gebracht werden. Und jetzt muss Atizi abhauen. Das TP wird tatsächlich gecancelt. Von daher wird hier Atizi wegkommen. Burning. On the Retreat. Burning muss jetzt anfangen zu morphen. S4 ist hinter ihm. Atchased. Auf der anderen Seite haben wir RTK, der gechased wird. Fischer kommt rein. Wie sieht es aus? RTK wird hier unten fallen. RTK sieht keinen aus. Ghost-Tap da aktiviert. Und Koro. Oh. Wer kann die Wehen holen? Will keinen Exoslam benutzen. Sai holt ihn. Auf der anderen Seite haben wir Razor, der Lich tötet. Aber immerhin Burning entkommt. Krasse Sachen. Aber Top-Racks gefallen. Range-Racks immerhin. S4 ist jetzt ein bisschen in der Bredouille. Kein BKB Charges. Kriegt das komplette Ulti ab von Zhao. Fast ein bisschen. Aber Atizi ist da. Und kann S4 da raus boxen. Trotzdem Secret is low. Secret muss nicht zurückziehen. Und ja. Simultane TPs nach Hause. Großer Win für Secret. Und langer gezogener Fight. Oh dieser Fight. Zwei Fights. Große Fights von Secret. Sie haben prinzipiell glaube ich nur einen Helden in der Setup gegeben. Und haben knapp 10 Kills daraus geholt. Suddenly Secret turned das Game. Und auf einmal ist es richtig fest in der Hand von Team Secret. Secret. Die hier. Super krasse Performance. Und sei. Was ich am Anfang gemeint hatte. Von wegen. Es ist recht wenige Lassos gewesen. Jetzt hat er gezeigt. Er nimmt nur die Lassos. Die die wichtigen sind. Und. Boy. Waren das wichtige Lassos. Eben. Also ist hier ein bisschen greedy gemacht. Ohne BKB. Auf den Titans zu gehen. Direkt Lasso gestohlen. Und geturnt. Aber trotzdem. Ist das einfach in zwei Easy Kills. Passiert. Secret war noch nur zu dritt. Deshalb wollte der RTK hier nicht die Ravage benutzen. Oder sie war auf Kudan. Bin mir nicht ganz sicher. Auf jeden Fall. Bisher. RTK's Ravages. Soweit ich das gehört habe. Hat immer so ein Ding. Dass RTK's Ravages gerne mal daneben sitzt. Deshalb. Hatten sie im letzten Game. Hat auch dieses lustige. 13 Minuten. 14 Minuten Game. Wo sie einfach einen Titaner gedroffelt haben. Und gesagt haben. Okay. RTK macht gerne mal Ravages daneben. Also picken wir einen Titaner. Und einfach nur. Die Gefahr der Ravage ist groß genug. Dass er keine Ravage einsetzen muss. Tatsächlich. 5 Sekunden vor Ende des Spiels hat er noch seine Ravage benutzt. Ansonsten sind sie komplett ohne ausgekommen. Aber gut. Big God brauchen hier einen Turn. Und das soll dieser Smoke sein. Sind alle da? Morphling Illusion keine da. Morphling Burning wird also nicht hier reinkommen können. Versuchen ein Kill zu machen. Als 4 Star. Haben nächstes Desalute. Aber nur auf S4. It's a Trap. Werden aber hier erstmal auf Kurokai finden. Das ist. Immerhin etwas. Aber. Big God sind noch nicht fertig. Wollen hinterher. RTK. Versucht die Ravage. Oh. Und schön blockiert. Wo sie gesehen haben. Okay. Force Death ist raus. Schön immerhin die Ravage gecancelt. Mitte Tower geht jetzt down. Arteezy ist am Split pushen. Sei auch in die Mitte. Oben einfach TPs zu forcen. Mit S4 und Ateezy können sie schon Easy Kills bekommen. Burning ist allerdings jetzt hier. Hat immer noch keine Linkins. Und Waveform nach vorne. Das wäre eigentlich der Clou gewesen. Für S4 reinzugehen. Trotzdem sie wissen hier. Okay. Weitere TPs. Die konnte man soweit ich weiß hören. Und außerdem mit der Ward wissen sie. Dass hier die Rotations kommen. Don't be greedy. Einfach sicher runterspielen. Für einen. Naja. Für einen. Earth Shaker Kill am Ende. Sind zu dem Zeitpunkt halt die Smokes. Bisschen zu wenig wert. Und deshalb. War es ganz gut. Dass sie nicht gegaut haben. Hat hier sie. Hatte ein kurzes Problem. Kann aber mit seinen Illus. Zumindest dafür sorgen. Dass der Blinkdigger. Von RTK abgebrochen wird. Dementsprechend. Kommt er hier auch weg. Gash hilft natürlich auch dafür. Letzte Zeit war irgendwie. Weiß ich. Das zweite Weave schon. Was irgendwie nur auf einen ging. Ich dachte es wäre so einfach zu treffen. Aber Papi immer. sehr selektiv. Mit seinem Weave anscheinend. Mal schauen ob auf den nächsten Rohstein gewartet wird. Oder ob hier vorher. Gegoat wird. Die Aegis schon länger weg. Wurde ja gesnatcht. Von Burning. Der die Aegis natürlich noch hat. So viel zu länger weg natürlich. Aegis timet bald aus. Deshalb halt auch nicht der Go. Auf Burning. Wegen der Aegis. Ja manchmal vergesse ich das. Tja der Graf stabilisiert sich langsam. BG verlieren ansonsten nichts. Obwohl sie eine Rex Down haben. Und prinzipiell weniger Farm bekommen. Aber ansonsten hat sie jetzt bei 20.000 Net Worth. Und knapp 20.000 XP eingependelt. Das ist eigentlich kein Spot wo BG sein wollen. Trotzdem. Sie haben eine Double Ravage. Sie haben Zhao 8. Und sie haben einen fetten Morphling. Das kann man auch alles mit turnen. RTK sehr aggressiv jetzt hier rein. Weiß dass sein Team hinter ihm ist. Aber so weit hinter ihm ist es nicht. Oh wunderschön. Mit dem BKB. Hier die. Immerhin. Die Fischer gedodged. Allerdings ist es halt auch nur die Fischer. BKB ist jetzt down. 60 Sekunden. Und dann müssen sie jetzt weg. 4-Step. Wird benutzt. Tatsächlich ist der 4-Step auch von Kuro gewesen. Und Sai hat noch seinen 4-Step. Falls da irgendwas passiert. Aber. Sind erstmal weggekommen. BG ist da. BG Deffen. Und Sai. Hat es BKB down. Trotzdem könnten sie jetzt hier ein Re-Engage versuchen. Ja. Smoke von Secret. S4 ist ein bisschen weit hinten. Mal schauen ob sie hier darauf warten. Oder ob sie Re-Engage machen. Lassos. Auf Sai vorhanden. Können sie jetzt hier vielleicht RTK finden. Aber. RTK ist sehr weit vorne. Es ist Tag. Von daher wird der Smoke erstmal nicht so weit gebrochen. Trotzdem. Blinder Blink. Ist so ne Sache. Vielleicht gehen sie mit der Creepf auch einfach rein. Versuchen hier irgendwas zu finden. Und. Wunderschöne Fissure. Um das hier zu machen. Aber. Die Ravage trifft. Trotzdem. Sai. Hat den Damage draußen. Doppel-Ultis an. Das Lich-Ulti bounced. Bounced noch weiter. Es vorsteht drin. Kriegt Heavy Damage von Burning. Und Jau 8. Und wird wahrscheinlich hier down bekommen. Geht hier down. 3 zu 0 Exchange. Für BG. Und Overextension von Secret. Haben nichts rausbekommen. Nicht mehr die Racks hier. Und haben ein bisschen Nah-Nation-Base gefeiert. Außerdem quasi gegen High-Ground. Throws vom Secret. Nicht ganz sicher. Aber halt. Double Ravage. In die Supports rein. Schöne Ravage allerdings von Kuro. Trotzdem wurden sie halt quasi die Ravage überblinkt. Und dann war nicht mehr so wirklich viel zu tun. Und jetzt liegt es an BG. Buybacks zu forcen. Vielleicht Wrecks einzunehmen. Buybacks wird schwierig zu forcen. Trotzdem. Top Wrecks gehen hier mit den beiden Siege creeps down. Ah. Das ist nicht so gut. Eine Racks. Eine Racks. Lane of Racks noch verbleibend für BG. Trotzdem. Sie versuchen es hier zu forcen. Zumindest Buybacks zu forcen. Aber sie müssen halt auch daffen. Und das wird schwierig. Buybacks zu forcen. mit nur Jawaid, beziehungsweise nur vier oder drei Helden vorne. Und da sehen wir schon, BG gehen weg. Alle Lainer-Frax verbleibend, eventuell sogar soweit, dass sie das Ganze halt auch forcen wollen. Trotzdem halt die Sache, wahrscheinlich werden sie auf Aegis warten, die ist auch in einer halben Sekunde vielleicht wieder da, dann, wenn wir sehen, wie lange es dauern wird. Aber, tja, der Plan wahrscheinlich, der ideale Plan, sieht vor, dass sie es vor mit dem Doppel-Ulti einfach an die Wax stellen und diesen Tower und die beiden Wax dann durch das Doppel-Ulti melden lassen. Das ist der sinnvolle Plan, dafür braucht man aber wohl eine Aegis. Und das wäre der nächste Ziel. Zwei Minuten für Aegis, MKB für Morphling und Batrider tatsächlich hier Refresher. Uh, gibt das Game ab und Refresher für Batrider. Morphling, immer noch keine Linkins, von daher easy Doppel-Lasso beziehungsweise auf verschiedene Helden hier. Der Ende des Abels ist einfach zu stark durch BKB durch ein starkes Skill. Außerdem natürlich Doppel-Force-Death, Doppel-Blink. Kann er sehr weit zurückgezogen werden und Zai wird es auch nutzen. Roshan, Sieg wird ein bisschen lange auf Roshan warten. Es wird noch einige Zeit dauern, bis da was passiert. Allerdings BG in der Basis müssen defen und halt auch at easy immer mit den Split-Pushen in Elos, mit dem Manta nutzt es ganz gut, dass halt immer der Druck auf BG ausgebracht wird und dass sie halt auch außerdem merken, wenn sie hier nicht defen, werden sie wohl smoken. Also sehr schöne Smoke-Detection auf der Seite von Secret. Tja, 50 Sekunden noch für Roshan. Die Frage ist, haben sie die Geduld und haben sie andere Dinge zu tun? Könnten dann hier drumherum Engines machen, werden die Lanes rauspushen. Haben an sich nicht so viel anderes zu tun, aber ja, finden hier den Mawflin-Elo. Das heißt, sie wissen eventuell, dass die Elo down ist, aber erstmal Smoke von BG. Früh da rein und vielleicht nicht in einer guten Position. Kuro wird hier wiedergefunden, geht direkt schon früh down. Entscheidende Noten für Rubik immerhin nur. Der Fischer wäre hier sehr katastrophal und Papi, tja, muss da weg. Atizi, auch nicht mehr eine gute Verfassung, wird hier gesehen von dem Ward, das könnte überlenden. Hat er hier Lannum gesehen? Bin mir nicht sicher. Blink of cooldown, aber Atizi kommt weg, trotzdem. Big God sind wieder perfekt rechtzeitig da, um Roshan zu holen. Kommt halt rein, sehen ihn nicht ganz. Es vorhört sich erst vorher nochmal ein bisschen Damage hier. Kann jetzt die komplette Elo-Lehr drainen. 200 Damage. Da kommt tatsächlich der echte hier und BKB raus. Direkter Go hier. Burning wird angegangen. Kann er Damage reinhauen. Es vorher ist hier drin. Doppel Fischer an, trotzdem wird er low und geht hier down. Die Frage ist, ist der Damage noch übrig? Wo ist Atizi? Atizi ist auf der Mittellane, kümmert sich nicht um nichts. 3 zu 1 der Trade. Burning ist down, aber auch der Rest. Wie sieht es mit TPs aus? Lannum kann TPen. Atizi forst die Glyphe. Da kommen die TPs zurück. Sie sehen allerdings, dass sie nur gehen müssen. Buybacks nicht vorhanden. Also muss sein Ulti da reinwerfen. Allerdings hat er es auch nicht so einen langen cooldown. Von daher ein 3 zu 1 Exchange für eine Glyphe. Während Roshan da ist, nicht so gut. Und besonders jetzt sei eine Minute auf On the Sidelines es vor. Eine Minute down. Das wird schwierig, um da Roshan zu contesten. Big God wissen allerdings auch nicht, dass er ready ist. Andererseits, die Max Respawn Time sollte in ungefähr nach 30 Sekunden da sein. Das heißt, beide Teams wissen jetzt, dass es da ist. Double Damage rune. Papi scoutet und Atizi kriegt eine Double Damage und könnte jetzt hier eventuell Solo reingehen. Keine Wards für Big God und Big God müssen erstmal deffen. Kommen jetzt contesten. Lenin mit Faceboots, Blink und Forstaff, also kein Argen. Trotzdem sind jetzt hier ready, aber Double Damage ohne hohen Double Damage einfach der Go gemacht. Earth Shaker, Kuro kriegt jetzt tatsächlich die Aegis und Jawa 8. Schöne Fissure, aber Papi, ja, schön mit dem Forstaff runtergeholt. Teamwork bei der Arbeit. Secure und Roshan immerhin hat ein Big God das nicht bekommen, denn mit zwei Leuten hätten sie da auf gar keinen Fall einen Kill eingehen können. Atizi, was tut er da ohne TP? So weit hinten steht er jetzt auch noch auf dem Low Ground. Findet man da damit, dass Atizi findet Lenin, aber BKB, nein, ist sich zu schade dafür und geht einfach down. Okay. Das war nicht so gut von Atizi. Stand doch da in einer komischen Position da unten. Weiß nicht, was er da sollte. Hat er natürlich Land gefunden, okay, aber, hm. Die Grafen, ja, Big God kommt zurück, haben wir doch drei Pickoffs jetzt gefunden oder einen Return. Andererseits ist es natürlich so, wenn hier ein Return kommt, ist das Game halt sehr schnell vorbei. Wenn Secret hier noch einen guten Fight in der Mitte hinlegt, müssen Forsten, sie hat Baywax und dann ist es nur die Frage der Zeit, bis Secret einfach komplett in Baywax reinkommittet. Kuro kann noch wegblinken. Das war doch recht knapp, muss man sagen. Und mit der Burning Elo zum Tanken, gucken sie, ob sie High Ground machen können, aber Backdoor Protection ist da ein bisschen dagegen. Shivas für RTK, jetzt stehen sie da. Baywax gilt es zu forcen für Atizi, aber Secret, Secret will aushalten. Keine Baywax für Atizi wollen sie aufgeben, denn dann wird es schwierig im Pushen. Kommt er links rein, Jawa 8 findet tatsächlich, wird hier gefunden von Sai, tief drin, wird auch alles Damage gestillt, ist die Frage, ob sie ihn down bekommen. Sie kriegen ihn tatsächlich down, Plasma fällt, macht den letzten Damage und jetzt wird es schwierig, High Ground zu gehen. Könnt ihr die Illus aufholen, Baywax, frühen Baywax von Art, oh nein, die Ravage, komplett ins, komplett ins BKB rein und Earthshaker kommt wieder. Sai ist low, aber das ist erstmal nicht so wichtig, Sai hat sein Dinge getan, außerdem ist noch ein Grave. Jetzt ist es hier Burning, der down geht. 90 Sekunden. Wie sieht das mit Baywax aus? Er muss hier Baywaxen und Shadowfiend kriegt halt nichts raus. RTK geht jetzt hier auch noch down. Großer Win für Secret und jetzt geht es ab an die Base. Es gilt Rax zu holen, es gilt Baywax zu forcen. Bisher, oh, ganz knapp, das, beinahe abgebrochen hier von Lanham. Beinahe ist TP abgebrochen sogar, das wäre auch huge. Wissen hier, dass Jawa 8 da ist und Sai ist da. Hat kein BKB und versucht einfach nur wahrscheinlich das TP abzubrechen. Aber nein, da ist Secret und Secret versuchen eben den Weg abzuschneiden. Schaffen es beispielsweise. Jawa 8 hat kein Buyback, hat Gebuyback, wird den Dieback gemacht, schöne Block-Off von Kurokai, aber es wäre auch sowieso egal gewesen. Der Damage ist da, Lanham kann wegTPen, trotzdem GG von Jawa 8 wunderschön gemachtes Game von Secret, haben Jawa 8 den Weg abgeschnitten und damit auf jeden Fall dieses Game geforst. Keine Chance mehr für BG, Secret haben das gut runtergespielt. Sai hat tatsächlich das Game gespielt, was er angefangen hat zu spielen. Mit diesem Anfang hat man Großes für Sai gesehen. 2 zu 0 auf der Lane, 6 Minuten 30 blinkt, Digga. Hat im Midgame ein bisschen weniger gewonnen, aber am Ende, die Lassos waren einfach wert. Diesen Held muss man gegen Sai Bann. Papi mit seinem Game 0,8,8 war nicht sein Game, aber hat die wichtigen Graves rausgehauen und das ist natürlich das, was man als Dazzle machen muss. Schöne Blocks von Kuro, auch besonders der Fast Blood war ziemlich geil, aber Sai hier natürlich die MVP des Spiels. Auf Seiten von Big God haben wir ein paar Wolf-Driverses von RTK gesehen, aber generell Underperforming Titan, da würde ich jetzt mal sagen. Egal. Wir haben ein Game 2 für uns. Es ist das Loser-Bracket-Halbfinale hier, das Loser-Bracket-Finale und noch ist nichts verloren für Big God und noch ist nichts gewonnen für Secret. 1 zu 0 für Secret steht es hier und es geht gleich weiter in Game 2. Bis dann.